Drei Generationen Kubal, Glaserei und Glashandel GmbH. Das bedeutet für unsere Kunden Tradition, Erfahrung, handwerkliches Können und faire Preise. Wir fertigen für Sie fast alles Gläsern. Spiegel, Glastüren, Glasdächer, Arbeitsplatten, Duschkabinen. Alles in verlässlichen Maßanfertigung. Sollten Sie sich unsicher sein, wie viel und welches Glas zu Ihnen und Ihren Räumlichkeiten passt, heißen wir Sie herzlich in unseren neuen Ausstellungsräumen willkommen. Es erwartet Sie stets ein freundlicher Mitarbeiter, der Ihnen beratend zur Seite steht.